Das ist Herr Heinze, unser Nachbar. Er wohnt schon immer mit seiner Familie in einem großen alten Bauernhaus hier in Meurow. Doch jetzt ist er schon ganz lange unser Bürgermeister. Deshalb kennt er sich auch so genau aus. Er hat für unsere schicke Kita gesorgt und auch meine Schule ist jetzt fast wie neu. Er sagt immer, dass wir Kinder das Wichtigste sind und Energie und dass wir gut erreichbar sind, zum Beispiel für unsere Gäste, die in den Spreewald und in das Seenland kommen. Und jetzt will Herr Heinze unser Landrat werden. Das finde ich gut. Und wenn ich groß wäre, dann würde ich Herrn Heinze wählen. Danke Patricia für dein Vertrauen. Vertrauen auch Sie mir. Ich bitte um Ihre Stimme am 10. Januar.